moin alle zusammen ja ob man das nun wahrhaben will oder nicht wir haben noch herbst aber der winter steht vor der tür daher kommt jetzt reichlich brennmaterial hier auf die anlage holz kohle und öl so starten wir für das video für diesen kleines wie dieses kleine video unterhaltung und viel spaß bei anschauen ich bedanke mich schon voraus für likes abos und so weiter so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, damit endet die Modelleisenbahn-Maison 2024, aber keine Sorge, ich habe noch genug Videos aufgenommen, die gelangen bis ins nächsten Frühjahr hinein. So, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.